Ja und live vom Festival ist jetzt Judith Seitz zugeschaltet. Wie sieht's denn aktuell aus? Wird das eine Schlammparty heute Nacht? Jetzt gerade ist Regenpause, die Sonne blitzt so ein bisschen zwischen den Wolken durch, aber das ändert sich auch minütlich. Ich rechne trotzdem nicht mit einer Schlammparty, zumindest nicht hier auf dem Festivalgelände. Da ist sehr viel asphaltiert, es gibt ja auch mehrere Hallen, in die man reingehen kann. Anders sieht's auf dem Campingplatz aus, da ist alles Gras, da könnte es dann doch ein bisschen schlammiger, matschiger werden. Vor allem, weil es ja nicht nur die Nacht über regnen soll, sondern auch morgen Vormittag. Und das ist dann die Zeit, wo dann viele von den Ravern wieder abreisen wollen. Das könnte ein bisschen spannend werden, wenn dann wieder das ein oder andere Auto im Matsch stecken bleibt und dann rausgezogen werden muss. Jetzt mal Regen hin oder her, lassen sich die Festivalbesucher denn davon die Stimmung für die zweite Partynacht verderben? So sieht's nämlich nicht aus. Kein bisschen. Also man hört es jetzt vielleicht nicht so richtig, aber vor mir, hinter mir, überall wummert es. Die Leute sind Punkt 18 Uhr aufs Gelände geströmt, haben sich überall verteilt hinter mir. Das ist die Mainstage, da wird schon wieder geraved. Auf der anderen Seite, in Zelten geht es ordentlich ab. Also überall ist schon was los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier irgendjemand von dem Regen abhalten lassen wird und gegen die Kälte, denn die wird auch ein bisschen erwartet. Das könnte heute Nacht so bis auf 10 Grad runtergehen. Da werden sich die einen oder anderen hier, glaube ich, ordentlich warm tanzen. Also ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass hier bei der Nature One irgendwie keiner sich vom Regen irgendwie dann unterbuttern lässt. Ja, danke für diese Eindrücke. Live vor Ort Judith Seitz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.